Ja, also das mit den roten Punkten, habe ich festgestellt, hat wirklich eine wahnsinnige Anziehungskraft. Also auch auf der Messe war das jetzt so, sobald rote Punkte irgendwo waren, die Leute auf einmal, ja wirklich, also so, oh, und also das ist dann irgendwie so eine Aufregung. Das ist unglaublich. Das hilft tatsächlich. Wir haben das jetzt noch nicht gemacht, dass wir rote Punkte irgendwo hingesetzt haben, wo das Werk nicht verkauft ist. Aber das hat tatsächlich eine sehr, sehr starke psychologische Wirkung auf den Kunden. Es wirkt irgendwie begehrlicher, ja.